Ja, liebe YouTube-Community, nachdem ich euch gestern in meinem Video davon berichtet habe, dass in den USA derzeit die Panik ausgebrochen ist, weil die Bankenwelt tatsächlich vor dem nächsten großen Kollaps steht, ist es jetzt tatsächlich so gekommen, dass die Silicon Valley Bank tatsächlich insolvent ist. Nachdem man gestern noch Videos im Netz gesehen hat von langen Schlangen und vor einem Bankrun, dass die Menschen ihr Geld noch abziehen wollten, jetzt aber nicht mehr herangekommen sind, was mich natürlich sehr betroffen macht. Es kam außerdem dazu, dass einige Kunden der Wells Fargo Bank in San Francisco berichtet hatten, können sie gerne auch mal selbst im Netz recherchieren, dass es dort auf mysteriöse Art und Weise dazu kommt, dass sie keine Kontenguthaben mehr vorfinden konnten. Das alles am Freitagabend, Freitagnacht zu deutscher Zeit. Bleibt spannend, wie sich das Ganze am Montag bzw. im Laufe der nächsten Woche bestätigen wird. Sollten diese Gelder wirklich weg sein, könnte hiermit eine wirklich wichtige Großbank ins Kippen geraten. Das wäre dann in meinen Augen der erste wirklich beachtenswerte Dominostein, der dann dazu führen könnte, dass der US-Bankensektor auch den europäischen Bankensektor mit in ein tiefes, tiefes Loch reist. Wir bleiben in der Hoffnung, dass es nur eine erste oder eine zweite Warnung sein wird. Es zeigt allerdings deutlich, wie fragil und wie kaputt dieses Bankensystem ist, wenn nur zwei Banken dazu führen, dass die gesamte Bankenwelt ins Zittern kommt. Die große Frage, die uns tagtäglich erreichen wird in den nächsten Tagen, wir kennen die Ängste der Menschen da draußen natürlich, ist, wird auch meine Bank, wird auch mein Geld betroffen sein? Und momentan sieht es danach aus, zumindest wenn man dem glauben darf, was man in den Medien liest, dass in erster Linie die US-Banken betroffen sind. Wir müssen also hoffen, dass eine deutsche Bank oder zum Beispiel auch eine Credit Suisse verschont bleibt. Die Credit Suisse hat ja für Schlagzeilen damit gesorgt, dass man die eigenen Zahlen nicht veröffentlichen wollte, was für viel Misstrauen gesorgt hat bei den Anlegern. Und genau diese Ängste spürt man nun auch im Markt. Wir haben am Wochenende, gerade jetzt heute am Samstag, aber auch gestern Nacht schon eine enorm erhöhte Bestellanzahl gesehen. Das heißt, es kommen sehr viele Angstkäufer derzeit in den Markt, die einfach deswegen kaufen, weil sie das Geld bei ihrer Bank nicht unbedingt für sicher empfinden. Und natürlich möchte ich mit diesem Video erstmal keine Angst schüren. Ich denke, wir in Deutschland sind noch ein Stück weit davon weg. Die Frage, die mich aber viel mehr beschäftigt, ist, zum einen wird es dazu kommen, dass die FED wirklich die Zinsen anhebt im besagten größeren Schritt, sodass man sogar in Richtung 6% Leitzins wieder zurückkommt und damit der Inflation auch Paroli bieten wird. Ich persönlich glaube es nicht. Die nächste Frage, die uns Europäer viel mehr trifft, wird dann sein, wird die EZB ebenfalls in den besagten zwei Schritten mit 25 Basispunkten den Leitzins weiter anheben oder wird es tatsächlich so kommen, wie der Chefökonom der Weltbank befürchtet, dass es zu einer Rezession kommt? Olaf Scholz hat ja nochmal bestärkt, dass er nicht davon ausgeht und dass er eine Rezession für Quatsch hält. Ich persönlich sehe es eher wie der Chefökonom der Weltbank, was absolut nachvollziehbar ist. Denn wenn man sich die Wirtschaft anschaut, wenn man sich vor allem anschaut, dass die Menschen aufgrund der Inflation extrem gebeutelt sind, dass die Inflation im Januar und auch im Februar immer noch bei 8,5% war, nachdem sie im Dezember leicht abgeflacht ist, also im Januar wieder angestiegen, wenn man den Blick zurück auf Dezember wirft. Und das ist natürlich ein Signal, dass trotz der aktuellen Leitzinssituation von 3% in Europa momentan die Menschen sehr verunsichert sind. Was mache ich mit meinem Geld? Stecke ich es in die Aktienmärkte? Dort haben wir natürlich jetzt ein großes Risiko, dass der amerikanische Bankensektor erstmal zu einem riesen Aktien- und Bankenaktien-Crash führt oder vielleicht auch zu einer ganzen Banken-Kollaps oder Banken-Pleitewelle. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass auch einige Zombies im Markt sind, die aufgrund des günstigen Geldes überlebt haben, die jetzt umso mehr gebeutelt sind, wenn die Banken aktuell keine günstigen Kredite mehr ausgeben. All das kommt zusammen. Ich wollte euch nochmal up-to-date halten. Schaut unbedingt Sonntag, Montagmorgen sehr früh in die News. Schaut gerne auch in unseren Community-Tab. Wir werden natürlich euch auf den Laufenden halten. Wir werden auf Facebook, wir werden auch auf Instagram, wir werden auf YouTube, wie immer, euch zu diesem Thema up-to-date halten. Es werden jetzt sehr stressige Tage für mich. Ich bin ganz, ganz sicher. Ich freue mich aber darauf, wenn ich euch up-to-date halten kann. Wir haben ja als Erster gestern Abend auch ein sehr ausführliches Video. zu der Situation gemacht. Heute haben dann ARD, Tagesschau, ZDF nachgezogen. Naja, also ich muss persönlich sagen, dass die Situation so ernst in meinen Augen ist, dass es wirklich darum geht, ob es zum nächsten Lehman kommt. Auch Michael Burry hat gestern in einem Tweet verlauten lassen, sinngemäß, ob das nun das zweite Lehman ist. Und Michael Burry war ja der, der mit seinem Oscar-prämierten Film, The Big Short, dafür sorgte, dass er damals diese Krise kommen sah. Und er hat auch in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder getweetet, dass er ähnliche Marktszenarien sieht. Für alle, die nicht mitbekommen haben, was ist eigentlich los? Ja, die Großbanken, beziehungsweise viele amerikanische Banken, haben sehr hohe Anteile an Staatsanleihen, an US-Anleihen im Portfolio, die dann auch länger laufen, also zwei oder gar zehn Jahre. Und bei diesen Anleihen ist es so, wenn man die jetzt kurzfristig verkaufen muss, um Liquidität reinzuholen, dann tut das natürlich sehr weh. Man muss also Verluste einbüßen. Und diese Verluste, die werden jetzt realisiert, wenn in dem Fall der ersten Kryptobank die Pleite gegangen ist oder vielleicht auch jetzt im zweiten Fall der Silicon Valley Bank schnell Liquidität reingeholt werden muss. Diese Liquidität holt man sich dann, indem man diese Staatsanleihen verkauft, aber eben auch Milliarden Verluste realisiert, weil man eigentlich damit gerechnet hat, dass man diese Staatsanleihen erst zur Endfälligkeit verkauft und nicht schon vorher. Und genau das ist das, was momentan als Angst im Markt umgeht, wird es weitere Banken treffen. Die Zahlen waren tief rot, auch bei der Deutschen Bank waren wir am Freitag bei über minus sieben Prozent im Kurs. Also es ist alarmierend und beobachtet einfach, wie es weitergeht. Und weil ich momentan so oft gefragt werde, was denn überhaupt der beste Krisenschutz ist, kleine Stückelungen, hier findet ihr das perfekte Produkt. Und hier findet ihr die Playlist, in der ich gestern über die erste Bankenbleite gesprochen habe. Schaut gerne auch dort vorbei. Euer Dominik, schönen Samstagabend und bis zum nächsten Video.